Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2 und zwar fahren wir heute wieder mit den Zetra S418 LE Business Line Genau, wir fahren die Map coming up, wir fahren jetzt einfach mal gegen die Zeit und zwar versuchen Verspätung einzufahren 14.11 Uhr ab, fahren wir die Zeit auf 14.17 Uhr Genau, und los geht's Fahren wir den Tragsal an der Stadt natürlich Aber nicht als Ersatz hinkriegt Ja, wir sind meine Meinung zu dem Bus, also ich finde es sehr cool, ist Elon auf jeden Fall Gefällt mir sehr sehr gut Die Bewertung ist bei mir eine 9 von 10 Die 9 von 10 daher, weil ja eigentlich keine Lizenz dabei ist, das ist jetzt wieder eine Mat Das wir ja auch das Logo und alles am Start haben Ich bin schon fertig, ich bin schon fertig, aber ich bin schon fertig, was mir ist wieder ein paar Mal Es ist interessant, aber ich bin schon fast Ja, ich bin schon fertig Ich bin schon fertig, wo ich sie sind Oh, sie ist jenslos. Ja, das letzte Modell der Let's Play von Krumenab kam, als ich meinen verinstattet habe. Ist ja jetzt schon ein Jahr her oder so. Das ist eng. Aber es passt. Genau. Aber wir müssen mal gucken, dass da keiner kommt. Schaut mal nur. Ah, sind wir bestimmt gegen das Geländer gefahren. Aber egal. Ja. Ja. Der nette Florian Kalle. Viele mögen ihn nicht. Viele mögen ihn, wie auch immer. Meine Meinung zu ihm, er hat einfach keine Ahnung. Er hat seine Meinung, ich wurde wieder ganz viel recycelt vom Fahrzeug. Aber mal ganz ehrlich. Das Fahrzeug hat nun mal das gleiche Dashboard, das gleiche Cockpit. Weil es auch mit dem Mercedes gehört. Fahre ich, was seine, auf gut Deutsch seine dumme Meinung da ist. Ja. Soll ich das sagen, aber das ist halt meine Meinung dazu. Der ist einfach nur meckern. Auf hohem Niveau. Ähm. Ja. Dann soll er einfach selber mal einen Bus entwickeln. Selber bauen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich finde das hier ist top. Top-Modell. Das hat noch gefehlt. Das haben wir auch. Haben nur die Sounds. Genau. Genau. Ja, komm mal, komm mal. Komm mal vor. Komm. 230. Da. 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 Da man will. Da. 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 Aber das ist ne mondier, Spfund Das ist eher von dem Fahrzeug kalt oder von den Eddern, das würde mich mal interessieren. Das ist eher von dem Fahrzeug. Fahrliebe ist Richtung Tierheim, woher zum Tierheim? Genau. Guten Tag. Moin. Hallo. Guten Tag. Ich war kurz die Beldung weg. Okay. Geese V 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 Geese V